Yo Leute, zurück bei Alien vs. Predator. Okay, alles okay. Jetzt ist das irgendwie durch die 8. Guck mal an da oben. Jetzt ist irgendwie durch die Einstellungen... Also durch das aus dem Spiel rausgehen... Muss ich ja immer wegen Outer City... Ist jetzt irgendwie... Das Spiel in den Fenstermodus gegangen. Was jetzt nicht so geil ist, muss ich sagen. Ich hab keinen Bock hier schon wieder drauf zu gehen. Oder was heißt schon wieder? Eher schon wieder wegen den Schienen. Ich muss doch irgendwie da hochkommen. Was liegt denn überhaupt da hinten? Wenn das jetzt wieder ein Generator ist, ne? Ja, ist wieder ein Generator. Den brauchen wir ja nun gar nicht. Gut, was soll's. Dann gehen wir halt hier weiter. Dann befassen wir uns nicht zu lange mit dem Scheiß hier. Erst mal kurz unsichtbar machen. Hat's auf jeden Fall gebracht. Willkommen. Das fühlt sich ja fast wie eine Reunion. Es wäre viel leichter, wenn wir einen von euch kaputtieren, um uns zu helfen. Geh das Ding weg. Ich will, dass seine Organe funktionieren, wenn sie auf die Arbeitstelle kommt. Jo, ich soll entkommen. Wie? Da vorne ist eine Trophy. Kontrollpunkt. Ha, der Speer steckt schon mal. Geh down. Wirf ihn um, greif ihn, töte ihn. Danke. Und rüber ab. Und jetzt will ich hier nach oben. Ach, ich muss dafür hier rein. Ah, da geht es ja rein. Dann gehen wir vorher hier hin. Ich lege eine Maske, okay. Man muss ja echt tatsächlich... Achso, das waren nur so Lichter. Kopf sammeln. Okay. Trophies und Leben. Haben wir hier noch einen Schalter. Ach, da sind noch mehr. Wisst ihr was? Dann kommt doch bitte mal hier lang. Habt ihr da Lust drauf? Hallo? Ja, um mich zu kriegen, musst du hier raufkommen. Wenn nicht, ich kann dich auch abschießen. Das ist... Ja, wie geil, ich glaube, wir haben auch den anderen gerade noch getroffen. Das war's mit dir. Und seine Wirbelsäule hängt wieder am Kopf. Auch schlau. Down. Heißt also, wir haben den schon mal getroffen. Das ist natürlich cool. Hier liegt unser Blut, das Neonfarben. Wo muss ich hier überhaupt hin? Okay, da komme ich nicht lang. Da ist ein Generator. Die nehmen wir mal lieber mit. Wir wissen ja nicht, was am Ende noch auf uns lauert. Schalter. Ich gucke mich natürlich hier nochmal um. Ist hier irgendwo vielleicht nochmal Leben. Nö, scheiße. Gucken wir uns hier natürlich um. Okay, geht down. Und du bist nicht down. Warum? Okay, jetzt ist er down. Ja, haben wir. Hier müssen wir sogar lang. Hör mal. Instinktiv laufen wir in die richtige Richtung. Ach, guckt mal an. Hier ist doch jetzt. Sind wir ganz am Anfang mit Six lang gekommen. Komm, geht down. Ah, guck mal an. Da drin ist schon mal ein Trophy. Okay. Konnte ich ja nichts anderes machen. Geh down, du Stinkpie. Okay. Okay, okay. Okay. Beide gepackt. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich wieder Schaden bekommen. Weil diese Attacke einfach so unglaublich lang dauert. Das ist unglaublich. Unglaublich lang. Was ist das denn? Na, Stück. Alien. Okay. 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 Du bist auch erledigt, würde ich sagen. Komm her jetzt. Alter. Ha. Mitgenommen. Bam. Gott, passiert hier gerade. Scheiße viel. Ich dachte gerade, ich wäre tot. Geh weg, Mann. Was ist los mit dir? Und tschüss. Das ist erledigt. Oh Gott, wie viele, Mann. Okay, da war der Kopf hin. Geh weg, du stinkst. Wir müssen da oben rein. Das Predator können wir natürlich hier oben rausspringen. Und auch hier die Spritze holen. Beziehungsweise Scherbe. Und natürlich die Trophy. Die Tropfi. Hier ist noch eine. Okay, ab geht's. Was ist das jetzt? Noch ein neues Gadget, oder wie sehe ich das? Aktivieren Sie den Zugriff. Ja, ja. Ach, guck mal an. Eine Statue. Der Aufzug befördert dich in die Pyramide. Hier liegt irgendwas. Ach so. Ne. Hä? Da komme ich gar nicht mehr hin. Da war gerade irgendwas. Ja, wie soll ich denn mit dem Aufzug fahren? Wo soll ich überhaupt hin? Mein Ziel ist da oben. Ach, guck mal an. Hier sind welche. Yo, Kollege. Hier, den packen wir uns mal. Ich wollte hier runter. Ich komme hier nicht runter. Hä? Ah, hier kann ich durch. Okay, geht doch. Ich kann es mir einfach nicht nehmen lassen, die auszuschalten. Seine Rübe ist ab und der macht weiter. Okay, jetzt hat es ihn. Doch noch zerschnetzelt. So. Wie er sich einfach wegbeamt. Made. Hier waren auf jeden Fall schon mal die Aliens drin. Dann hätten wir das auch. Hier haben wir noch eine Trophy. Boah, da haben wir ja ordentlich jetzt ein bisschen was gesammelt hier, ne? Hier komme ich ja nicht rein. Ich soll ja mit einem Aufzug fahren. Aber welchem Aufzug? Ist der da hinten? Hüpfen mal, dann sind wir ja auch ein bisschen... Ein Schlag hat gereicht. Okay. Hier ist doch gar nichts. Bin ich denn blöd? Hier liegt nur ein Kopf, glaube ich. Ja. Ich soll mir Zutrittsoppyram... Ah. Hier unten geht es lang. Ist hier vielleicht noch was? Ne. Okay. Okay. Ich meine, bei Aliens bringt das ja sowieso nichts. Sich unsichtbar zu machen. Bei diesen neueren Teilen ja wohl auch nicht. Das kotzt mich ein bisschen an. Oh. Ich könnte jetzt natürlich einen Erfolg geheim machen, aber... Wir wollen ja ein bisschen Action hier, ne? Ich finde ein bisschen schade, dass man das Ding danach dann nicht mehr... so wirklich krass unter Kontrolle hat. Die können sich unsichtbar machen. Okay. Da war noch einer. Ich weiß es. Wo ist er? Toll, das hat es jetzt gebracht. Shit. Das war das. Das ist das. Tschüss, Junge. Kopf kaputt. Und jetzt muss ich mich schnell heilen. Okay. Ich habe mal eine neue. Und tschüss. Och ja, wahrscheinlich, oder? Wir müssen... Ah, hier den Schalter betätigen. Jetzt. Das lief ja jetzt nicht so, wie du dir das wahrscheinlich vorgestellt hast, oder? Ich glaube, wenn die ihre Masken nicht mehr haben, dann können wir die töten. Das ist so voll komisch irgendwie. Die haben ja ein Weh in ihren Augen. Muss ich überhaupt hier hin? Nö. Worauf wartest du? Denk an die Ehre, innerhalb... Innerhalb der Pyramide zu schreien. Okay. So, jetzt. Ab geht der Peter. Okay, Level abgeschlossen. Das passt ja perfekt, weil jetzt mache ich dann Cut und melde mich einfach beim nächsten Mal zurück. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist. kong. Wie Pänt malicious. Beiliere Musik. Wie Pänt